Hallo zusammen, ich melde mich wieder aus freier Natur. Wir hatten einen klitzekleinen Wintereinbruch hier im Rathkreis. Ende vom Lied, Schnee. Weil ich sag mal, auf den Straßen ist zurzeit ziemlich dicht. Mein kleines Eutischen. Wie ihr seht, es geht nicht mehr viel. Heute morgen um 8 Uhr aus dem Haus bin, noch nichts vom Winter einfach zu sehen. Jetzt, wie ihr seht, alles dicht. Schneeweiß. Ja, wie viel haben wir eigentlich jetzt? Kurz nach 11 haben wir. Temperaturen, das sagten sie im Radio, so um die 0 Grad. Das soll dann noch bis Mittag so weitergehen. Und dann am Nachmittag auf und ohne den Schneeregen rübergehen. Und das, was eigentlich schon wieder von der Wetterfront. Die Viecher da hinten sind auch schon auf die Felder gekommen. Schaut euch das an. Von ca. 8.30 Uhr freie Straßen bis jetzt etwa 2,5 cm Neuschnee. Würde ich mal sagen, ist heftig. Jetzt auch knirschen. Dieses Video wollte ich euch nicht vorenthalten, auch wenn es eine wesentlich schlechtere Qualität hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Denken das Abonnieren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.